Pünktlich zur zweiten Oktoberhälfte macht Bitcoin das, was er immer macht, nämlich stark ansteigend. Ganz konkret, in den letzten zwölf Jahren gab es nur zwei Oktobermonate, wo Bitcoin nicht positiv performt hat. Und auch der schwache September und eben die erste schwache Oktoberhälfte sprechen genau dafür, dass Bitcoin in seinem Muster bleibt. Startet jetzt, die erhoffte Bitcoin-Rally startet jetzt der Oktober? Meiner Meinung nach, ja. Und welche fünf Gründe dafür sprechen, erfahrt ihr in diesem Video. Die US-Wahlen stehen vor der Tür, genauer gesagt am 5. November wird gewählt. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass drei Wochen vor der Wahl der Bitcoin-Kurs stark angestehen ist. Genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt und zumindest hat der Bitcoin ja die letzten Tage gut reagiert. Auch glaube ich darüber hinaus, dass eine Harris, auch wenn sie nicht so pro-Krupto ist wie Trump, nicht per se schlecht für Krypto ist. Auch sie hat sich inzwischen für eine anständige Krypto-Regulierung ausgesprochen. Die Angst also vor den Demokraten ist nicht mehr so groß, wie sie einmal war im Krypto-Bereich. Auch wenn natürlich ein Trump insgesamt besser für die Kurse wäre. Die Gelder der insolventen Krypto-Börse FTX, insgesamt 12,7 Milliarden US-Dollar, sollen in den nächsten Tagen zurückgezahlt werden. Also ungefähr 60 Tage seit Oktober, also Anfang Oktober. Und das würde bedeuten, dass viele Krypto im Restaurant mal wieder liquide sind. Geld haben, um das wieder zu reinvestieren in den Kryptomarkt. Und ich glaube, dass viele das auch tun werden, auch wenn es nur 50% sind und wenn es auch nur 30% sind. Dann sind es immer noch mehrere Milliarden US-Dollar, die zurückkommen. Und vergleichen wir das mal mit den Bitcoin-ETF-Inflows. Dann ist das ganz schön gewaltig. Und warum? Das sehen wir bei Grund 3. Die Bitcoin-ETF-Inflows sind immer sehr wichtig, damit die Kurse steigen. Und was wir in den letzten Tagen sehen konnten, ist wieder ein Erstarken der Inflows. Insgesamt in dieser Woche schon über eine Milliarde US-Dollar an Mittelzuflüssen. Und spannenderweise ist selbst der Grayscale-ETF. Ihr erinnert euch, der ETF, der vollkommen überteuert ist, wo es eigentlich nur Abflüsse von gibt. Selbst dort sind Gelder reingeflossen. Für mich ein positives Zeichen, dass auch andere Investorengruppen wieder Gefallen an Bitcoin gefunden haben. Der für mich, muss ich sagen, wichtigste Grund von allen. Und das ist der, dass wir sehen können, dass der Zinssenkungszyklus weiter vonstatten geht. Und erst am Donnerstag in dieser Woche die Europäische Zentralbank ebenfalls nochmal um 25 Basispunkte die Zinsen gesenkt hat. Und vor allem denken viele sicherlich auch an China in den letzten Tagen. Dort gab es viele Headlines mit Liquiditätsmaßnahmen der chinesischen Regierung, um den Immobilienmarkt zu stützen in gigantischen Dimensionen. Und auch dieses Geld wird wieder dazu führen, dass die Geldmenge steigt. Und wie wir wissen, korreliert Bitcoin mit der Geldmenge M2 hervorragend. Wir haben eine Korrelation über 90% in meinen Augen. Ist das das beste Maß, das wir haben, um vorherzusagen, wo sich Bitcoin hin entwickeln dürfte? Und ja, alle anderen Zentralbanken, ich glaube, es sind so viele wie noch nie in den letzten Jahren gewesen, haben gemeinsam jetzt den Zinssenkungszyklus begonnen, was dafür sprechen würde, dass eben auch Bitcoin weiter steigt. Kommen wir damit auch zum letzten Grund, Grund Nummer 5. Und das ist für mich das Anzeichen, dass wir neue erfolgreiche Narrative erleben können. Oder anders formuliert alte Narrative, die neue Fahrt aufnehmen. Denn gerade Gaming, das ist etwas, wovon ich sehr viele halte und glaube, dass wir in kurzer Zeit große Sprünge machen können. Und zuletzt die Ankündigung von dem Blockchain-Game Off the Grid, das auf der Avalanche Blockchain basiert. Das macht schon echt gute Schlagzeilen jetzt. Die Grafik sieht hervorragend aus und ich höre von vielen Gamern, die sagen, das könnte ein Spiel sein, ein Game sein, das wirklich nachhaltig Spaß macht und damit auch einen neuen Hype kreiert. Und Blockchain Gaming ist nun mal sehr, sehr groß. Nichts kann schneller skaliert. Ich glaube auch schneller als AI, als G-Pin und andere Narrative, die wir im Kryptosektor haben. Und deswegen bin ich besonders bullish dafür. Das ist natürlich für die Avalanche Blockchain gut, aber auch für eine Immutable X Blockchain. Oder eine Sui, die zuletzt ja auch sehr, sehr stark in den Gaming-Bereich vorgedrungen ist. Natürlich sind das nicht alle Gründe, die eine Bitcoin-Kurs-Rallye erklären können. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich persönlich aber bin vor allem ein Fan immer von den Zyklen. Also, dass sich doch vieles sehr erstaunlich wiederholt. Und da wir gerade auch in einem Bitcoin-Hivinger sind, wir die US-Wahlen haben. Und eben, wie schon gerade auch gesagt, der Zinssenkungszyklus voll durchkickt, glaube ich, dass wir das Muster wiederholen werden. Und jetzt in einem eben auch Bullrun einläuten, nachdem wir eine harte Seitwärtsphase hatten in den letzten sechs Monaten. Auch das ist normal, auch wenn sie sehr lange war. Und daher bin ich sehr optimistisch, dass wir die nächsten Monate noch höhere Kurse sehen. Und mich würde natürlich aber auch interessieren, was eure Gedanken dazu sind. Welche weiteren Gründe ihr noch seht, warum Bitcoin weiter ansteigen sollte. Darüber hinaus, damit ihr nichts davon verpasst, was weitere Gründe sind, folgt uns doch auch auf unseren anderen Kanälen. Und zu guter Letzt besucht am besten regelmäßig BTC Echo, unsere Homepage. Denn dort erfahrt ihr immer die neuesten News und eben auch, welche weiteren Gründe es in Zukunft noch geben könnte, damit wir eine bullische Saison erleben.